Die Bühne, das ist ihr Ventil. Da lässt sie alles raus. Wie hier in ihrer aktuellen Marilyn Monroe Show. Seit Cornelia Korber 15 Jahre alt ist, steht sie im Rampenlicht. Eine Hauptrolle im Film, nicht mit Leo, zusammen mit Jürgen von der Lippe, macht sie bekannt. Sie war Serienheldin in Die Rote Meile, spielte in über 100 TV-Produktionen und wurde preisgekrönt. Als June Carter im Johnny Cash Musical The Man in Black.